Wie letztens Legende Alexander Klafs auf Instagram verkündete, wird er zum dritten Mal Vater. Nein, es handelt sich nicht um einen April-Scherz. Hey ihr Osterhasen, da habe ich doch glatt noch ein Ei gefunden, welches ich vor ein paar Wochen versteckt habe. Lies letztens, und der SDS-Sieger Alexander Klafs seine Fans am Ostermontag auf Instagram wissen. Dazu veröffentlichte er ein Foto, das seine Frau Nadja Schaiwiller mit einer Babykugel zeigt. Ja, die beiden erwarten ihr drittes Kind. Klafs und die Schweizer Musical-Darstellerin Schaiwiller sind seit 2019 verheiratet. Das Paar hatte sich 2010 bei den Arbeiter-Musical Tarzan in Hamburg kennengelernt. Danke, ihr Lieben, für die vielen Glückwünsche, kommentierte sie den Post ihres Mannes und betont, dass es sich bei Verkündung wirklich nicht um einen Spaß zum 1. April handele. Mit sowas würden wir definitiv keine Witze machen. Ja, das Datum ist vielleicht nicht optimal gewählt, aber gestern haben wir es nicht mehr geschafft zu posten und nach heute hätte das Osterei keinen Sinn mehr gemacht. Auch Isabel Edwardson wird zum dritten Mal Mutter, auch Klafs ehemalige Tanzpartnerin Isabel Edwardson wird demnächst zum dritten Mal Mutter. Wie die Profitänzerin Anka Freitag im Letztdance Profitänzer-Special erzählte, verbinde sie mit ihrem ehemaligen Tanzschüler seit ihrer gemeinsamen Zeit in der RTL-Show eine enge Freundschaft. Ich denke immer noch gern an unsere Staffel zurück und die ist schon zehn Jahre her, überbrachte Klafs in der Sendung Grüße per Videobotschaft, als RTL-Edwardson als ersten Profi überhaupt in die Hohler-Fem-Aufnahmen. Die Menschen sprechen immer noch darüber, und das muss man erst mal schaffen. Die Letztdance-Familie wächst weiter, nachdem Renata Lucin und Valentin Lucin kurz vor Ostern die Geburt ihrer Tochter Stella verkündeten, wird die Letztdance-Familie schon bald weiter wachsen. Denn nicht nur Isabel Edwardson wartet auf ihr Baby, auch Christina und Luca Henni sind aktuell in freudiger Erwartung.